Jetzt rein, letzter Mann in die Tür, Sicherung übernehmen. Lass nicht, mach die Idee, die Tür auf. Sicherung vorerst hier halten, bis ich was anderes sage. Und einfließen. Gut, so. Wie sehen wir eigentlich alle andere Waffen? Ähm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch PMC-Einheit. Krise, wenn bei dir irgendwas Auffälliges, Meldung machen. Wir gehen erstmal mit 5 Mann weiter. Machen. Gut, dann... Ich gelink's, du gehst rechts. Und go. Okay, komm zurück. Verstanden. Krise hat die Rücksicherung, da ist nichts gekommen. Jetzt weiß ich nicht, wo... Ach, okay. Richtung Rot einfließen. Vorraum dürfte gesichert sein, sofern keiner dort nachgerückt ist. Weil kein anderer geht. Ich mach die Tür auf in 3, 2, 1, Tür. Oh, cool. Perfekt, schocken wir von nach. Wenn wir nicht mal die Tür öffnen können. Nee, das wäre ja läng gewesen. Ich will es zu. Aber ja, du hast recht. Raum, Vorraum klären. Okay, wir ziehen nach. Ich bleib's hier rechts. Rechtsrum hab ich's, gerne. Ich zieh nur weiter vor. Ja, sofort. Krise. Einmal die Tür hinten schließen und dann in die Ecke legen, um die Rücksicherung Richtung die Tür zu halten. Positiv weiter vor. Positiv weiter vor. Links wieder langer Gang mit mehreren Räufen. Rechts ist Gang oder Raum? Das ist nicht. Links auch Riese. Gang oder Raum? Nein. Gut. Ulium, Herbert, rechts in den Gang. Hawkeye, Paulus, links in den Gang. Korrigiere, ich geh mit Hawkeye. Paulus, du hältst die Mitte. Genau. Krise. Ausfall. Wo ist der Ausfall? Gut. Verwurfen wird ja beschlossen. Krise, Status. Äh, Zieh ihn. Ja, genau. Okay, Paulus übernimmt das. Vorraum halten. Wir kümmern uns um Herbert. Verstanden. Krise, einmal in den Mittelgang zu mir nachziehen. Komma. Jupp. Kann das nochmal B machen? Bin dabei. Sobald ihr was seht, bitte Meldung machen. Kannst du nachdem wieder aufhören? Gut. Ich hau ihm mal ne Schiene dran. Ja, wundere, wobei das geht. Danke. Okay, er ist dran. Ich lasse der Krise als Deckung hier. Das sieht in der Gang hier aus. Hier geht's gerade aus, warte. Okay. Äh, wir verbleiben erstmal so, bis Herbert wieder auf dem Bein ist. Ja, Schreckenbegel. Funktioniert? Oder haben sie zuhelf sichergestellt? Naja, alles gut. Ich wurde mir auf dem Ohr sicher gedacht, nicht zu schlimmer geschafft. Wurde aber sehr viel. Wer ist denn als zweites reingegangen? Den möchte ich loben. Hi. Da hat sehr schön reagiert. Ja. Ja, das ist unsspannend. Ja, ich bin quasi zwischen dir und Paulus. Nein, das hast du aber sehr schön gemacht, dieser. Hat mir gefallen. Ja, genau das wollte ich sehen. Ich dachte schon, ich kriege euch gar nicht mehr abgestimmt. Ich war ab dem, ich weggepratzt. Okay, Krise, einmal bei Hawkeye aufschließen. Hawkeye zu Oleum. Ihr geht den grünen Weg zwei Räume vor. Und macht Meldung. Ich kann ja immer gut. Hä? Gut. Wie sieht's aus? Gut alles. Gut alles. Nochmal? Gut alles. Gut. Mach mal. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben aufgeschlossen, sind bei Mainz. Ja, ich würde ihn jetzt erstmal nicht allein lassen, bis er aufwacht. Wegen Rücksicherung. Ne, wir können ja mitnehmen. Okay, wenn du ihn trägst, jo. Oh, nee. Gut, ihr könnt euch bereit machen, Richtung Rot weiter vorzugehen. Ja, ich bin ja fertig. Ah, ja. Pause mit Herbert. Herbert müde, der braucht noch Pause. Und Rot einfließen. Äh, alte Konstellation. Können folgen. Rechtsrum ist nicht. Rechtsrum langer Gang. Hawk, Oleum, nach rechts einfließen. Wir gehen rüber an die Wand. Rechtsrum langer Gang wird wollen. Rechts, Wand, clear. Wir klappen links rum, ihr klappt rechts rum. Und, go. Und, go. Und, go. Ich hab eine Tür vor mir. Check, vor mir ist auch eine Tür. Rechts ist so weit frei, wie ich sehen kann. Wir fließen nach rechts ein. Augen links halten. Ihr zwei geht vor. Aua. Der war doch... Ich brauche einen Medic. Versuch mal, mit Turnicat erst was zu machen, außer es ist Torso. Medic wieder frei. Denk dran, wir haben hier zwei Türen zum Sichern. Wie war das mit den Türen nochmal? Steuerung, Leertaste Maus hat? Check. Krise einmal nachziehen und bei Hawkeye mit an die Tür. Jetzt sind wir schon durch. Positiv, ihr zwei geht schon mal rein. Ich guck kurz. Mach mal wieder zu. Positiv. Tür nur sicher, du mal die Tür, ich sicher mal, der ist hinten bei, ich bin viel offener. Die eine Tür ist sicher. Gut, Hawkeye, Herbert, ihr geht rechts in den Raum rein, das dürfte eigentlich ein langer Gang sein. Achtet drauf, der Gang geht sehr weit nach hinten. Links in die Ecke, von dort aus, Sicherung halten. Nach rechts ist kein Gang, die lügt. Oh, dann geht er in den Vorraum und haltet den Vorraum, dass wir wieder ein bisschen aufs Bäschen kommen. Rechts, close one in David, könnt ihr nur ohnmächtig sein. Text on clear. Rechts langer Gang, mehrere Bäume. Okay, Herbert nach links umschwenken, Hans nach rechts umschwenken, ich nehm Mitte. Okay, Oleum, bei mir den Platz übernehmen, Vorraum, ich geh zum Sunny. Kreuzern. Wir machen's hier im Hinterraum. Krise, kannst nachziehen. Check. Krise, kannst gleich weiter in den Vorraum. Ihr könnt zu viert weiter vorgehen. Geht nicht mehr zu? Ja, das geht. Wieder fit, ne? Krise, in den größeren Raum kann ich voll einsetzen. Entschuldigung, voll. Jo. Rechts, um nach rechts. Gut, dann auf drei, du links, dich rechts, zu eins, guck. Links, clear. Rechts, clear. Rechts, graben. Links, raben, rechts, vom linken raben, clear. Dasselbe Spiel wie gerade. Rechts, clear. Links, clear. Puh. Links, ein weiterer Raum. Einfließen. Eine Geisel, Achtung im Raum. Paulus, einmal herkommen, Geiseln aufnehmen. Geiseln, könnt ihr ruhig stehen lassen. Die Zehnen dann erst offiziell befreit. Das ist langweilig. Wir führen die mit raus. Nee. Du musst ja übertragen. Du wirst es ja nicht sein. Du bist ja ein anderer Front, Mann. Ja, aber glaub mir, hier sind genug Geiseln, Compounders, euer halbes Team, äh, dann nicht wünscht. Wenn ich übernehme. Nee, ich bin Sanne, ich mach das. Okay. Vor allen Dingen müsstet ihr dann zurückrennen und eine noch holen, die ihr vergessen hättet. Das sehen wir. Okay, lass die Geisel hier stehen. Äh, beziehungsweise befreit die Geisel einfach. Tut mir leid, sie sind jetzt offizieller Köder der PMC. Prä. Lauf. Okay. Äh, dann zum roten Eingang wieder vor. Im Laufschritt. Heb, 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 heb. Bestes Basic. Und rein. Komm rein. Ganz, ne Tür mit dem Langegang. Könnte öffnen, lang steht. Öffnen. Ist verschlossen. Bridger. So ne große. Ja, ist Standard. Weg von der Tür, ich weiß nicht, wie groß die Sprengradius ist. Dir ist klar, dass es keine Breaching Charge ist? Doch. Ist shit in Klammer, touch of breach. Wer wär's eh? Ja, ja. Braucht es. Braucht es. Braucht es. Gut, äh, langer Gang ist unten links ne Aussparung. Könnte was drin sein. Gratulation, sie haben nämlich gerade C4 gezündet und keine Breaching Charge. Egal, Tür ist offen, Ziel ist erfüllt, wir sind nicht verletzt. Negativ, ich bin verletzt. Was? Wieso bist du verletzt? Der war beides verletzt. Ich war nah, aber, äh, äh, Autofarmot links, der Wettkopf. Ah! Kannst du dich selbst soweit verabsten oder ist du kritisch? Ich habe Reaching Charge ist im Rucksack. Gebt's. So, wie geht's? Okay. Corona. Corona. Herrlich. Äh, ja, genau. Wunderbar, danke. Paula, Spacing halten. In deinem Arsch, ne? Hm. Das sieht so geil aus. Okay. Okay, äh, MG5 einmal ganz nach vorne. Ist, äh, links soweit clear? So. Sonderauftrag für dich, Chrisse. Kurz, stopp. Rechts rein. Äh, lang. Richtung. Hundert, äh, 192. Wurde ein Quillen aufgeklärt, den Quillen zerlegen. Hier rechts, hier links oder was? Genau, der geht quasi straight links durch. Rechts von weiter aus, dann. Und sobald Chrisse reingeht, folgen. Verletzter? Ja, aussteigen. Zum Glück konnte er jetzt aussteigen. So ziehen wir tot. Herbert links rum, äh, Herbert rechts rum, Oleum links rum, gleichzeitig. Drei, zwei, eins, hopp. Wunderbar. Frei. Raum clear. Gut, dann nach rechts einfließen. Krise, wieder alte Position. Ja. Und dein Magazin überprüfen, ob du auch genug noch drin hast. Ich verarsche, das wollte ich mir dir helfen. Gut. Oh, warte. Wir gehen weiter. Lass mal rum. Kleine bitte, die vordersten immer abducken, weil wir, wenn wir hinter euch sind, nicht drüberschießen können. Tag mehrere Räume hier rechts. Gut, wir folgen erst rechts. Hawk hält. Ähm, ist das nur ein Gang? Was? Ne, ich bin nicht tot. Niemals. Oleum links, Herbert rechts. Okay, links ist nur ein Gang. Oh. Ups. Dann, drei, zwei, eins, rum. Langer Gang. Hab eine Geisel. Ey, jetzt sehe ich gerade rot. Oh, der ist nicht mehr rot geworden, ne? Hm? Ja, ähm, gut. Und Deckung. Jetzt noch ein Lager Gang. Shit, einer. Dann lass doch die beiden da hinten kurz den grünen sein. Äh, die beiden, die gerade vorstehen, rot vorläufig weiterlaufen, den Typen eliminieren. Rest geht grün. Alter! Bauer noch. Wir fließen rechts. Hach. Wir fließen rechts. auf hock kreuze und wieder raus ich kraue da durch sorry paulus mitkommen ja kommen zu euch krise einmal mit verschieben dass du beides im auge behalten kannst aufpassen feind steht im gang habe ladehämmer Achtung langer gang immer noch irgendwer HLW macht OLEUM HLW Krise einmal den langen gang durchsprayen warte 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 das ist ja nicht gut feuer anstecken ich kreuze den ja ok Krise Kreuz ach da war noch eine ich weiß schon warum ich Herbert als Schützen vorlaufen lasse trafen am Bein ganz freudigern ok krise wieder rücksicherung halten ähm sofern OLEUM HLW aufhören kann gehen wir weiter kreuze und übernehme ok hab aufgehört gut dann ehrt ihr zwei vor ich folge euch kreuze ich denke es kommt ein langer gang mit rein ok wir fließen rechts einen blick Richtung links halten den gang und und go 3 2 1 kreuze längst rum das ende keine sicht und go ok Tür rechts rum gut ihr beiden haltet hier die Position das weit genug vom senden entfernt und wir warten bis sie ja noch im wieder voll c sind ja wenn ich den durch den Türgamm sehe kann ich den wo abknallen? wie siehts aus? wunderbar wunderbar uiuiui das sieht ja fast aus als ob du eine granate gefressen hast ja wo bin ich umgefahren? ich hab keine Ahnung hat auch hier genau ausnahm ja du standest hier und der Typ war irgendwie im Gang beziehungsweise genau an der Kante hu 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 danke Krise ab hinten gesichert gut Herbert nach vorne zu den anderen aufschließen bis dahin ist sicher Paulus folgen Krise und ich komm nach gut gut Krise äh und rückwärts Laufschritt Laufschritt Krise vorne hier ist hoher sicher hier ist hoher sicher go positiv gerne linksseitig mit Räumen nach links nach rechts am Ende am Ende weiter weiter mit Räumen nach links wo die sind ja die auf Achtung, rechts los in der Lippe oder was ist am besten gestanden, wo er nichts ist. Oh, hoppala. Das ist verliebend. Hm, großer Raum. Herbert, deine Aufgabe, los. Rechtsraum. Ein langer Gang, der sich aufteilt. Nur nach rechten Seite des Raums am Kliff. Check, ihr prüft vorne, ich prüfe ihn. Hoppala. Gut, jetzt drüber gehen. Weiter. Jetzt checken Rot-Grün. Wir folgen Grün, Krise zieht nach und hält Sicherung Rot. Und ausführen. Paulus. Entschuldigung, hab verstanden. Äh, drei Gänge hier rechts. Hm, ihr geht mit vier Mann bei Grün vor Krise und ich halten hier hinten. Achtung, Kreuze. Räume mit Türen, aus dem Center. Ja, ich und Paulus gehen links lang. Rechtsrum, es sind nur Außenberüche. Einer müssen den Mittelgang sichern, dann sind vier Türen. Ja, deshalb diskutieren wir es. Wir sind jetzt in dem Mittelweg. In den Bereich von hinten gehen wir rein. Ich stehe vorne drin noch. Wir dringen vorne ein. Achtung wir kommen jetzt aus dem hinteren Raum an. Links hier ist... Letzter Raum muss gebrecht werden. Hallo, wir müssen gebrecht werden. Nein, erster links geht. Ich bin hier ein. Wenn ihr die Böden kommt, jetzt mal wieder rein. Ich bin hier drin. 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 Frage Status Wir brechen Türen Ja, check Uli, um der Musse das durchfunken, bitte Ich bitte Hier geht auf Gänge sind zu eigen, dass ich hier bin rausgegangen Hm, gut War ein bisschen erstaunt, weil es bis hierhin gewackelt hat Hat sich eher wie so eine, weiß ich nicht, angefühlt Hallo Hallo Hi Okay Erste Ringsteine Aufpassen, du frumpfst jetzt. Alter, das ist doch keine Breaching-Charge. Wir sprennen mal die Tür hin. Ja, aber alter! Raum clear. Gefühlt sprengen sie die Tür hinter mir. Wir schließen jetzt auf. Check. Huch. Steh ich auf dir? Ne. Gut, links dürfts soweit sauber sein. Nach rechts umklappen. Zwei Meter vor euch ist ne Öffnung. Danach kommen mehrere lange Gänge im Zickzack. Verstanden. Wann darf man los? Jetzt. Und weiter. 1, 2, 3, link frei. Rechts um einer down. Weiß ich was so kommt. Gut, einfließende Frage. Herbert, Status? Ja, ich kann mir nach. Check. Gut, dann weiter. Aufpassen, Loch. Linke Seite. Links ist wieder an der Wand. Gut, dann jetzt nach rechts rein. Ende. Wir sind erfolgreich einmal durchgewandert. Und das nicht in zwei Stunden. Ihr habt, lass mal mit Vorbereitungszeit, sagen wir mal, in 40 Minuten das geschafft, was die doppelte Anzahl in zwei Stunden grad mal in der Hälfte geschafft hat. Also, ich glaub, man könnte tatsächlich alles noch im lockeren Laufschritt machen. Also, trotz dass ich ab und zu versucht hab, euch zu ärgern, wart ihr doppelt so schnell wie die andere Gruppe und seid fertig geworden. Wart nur halb so viele. Habt ihr wunderbar gemacht, hat mir extrem gut gefallen. Später hat irgendwann dann Jürgen gesagt, Hein? Das war die Brute. Wenn es einen Sch ingerziger ist. Wir wollen eine Sch-Bahn. Wart nur mit der Brute. Who war die Brute? Wart nur mit dem Brute. Wir wollen jetzt auf die Brute. Man kann das mal die Brute. Wir wollen. Das ist wie ein K Vi-Bahn. Wir wollen sie nicht. Wie wollen Sie gehen? Wir wollen sie nicht.